Auch wenn draußen noch kein Schnee liegt, geht es für die Duisburger Jungfüchse aufs Eis. Die Jugendarbeit der Füchse wurde Anfang des Jahres vom Deutschen Eishockeybund geehrt. Drei von fünf Sternen bekam der EV Duisburg für diese Leistung. Die Jungfüchse der U16-Mannschaft spielen aktuell in der Schüler-Bundesliga. Das Besondere, sie schafften den direkten Marsch von der Schülerliga C in die Erstklassigkeit. In ihrem ersten Jahr erreichte das Team bereits den zweiten Platz der Gruppe D. Der Eishockey-Nachwuchs des EV Duisburg hat sich in den letzten Jahren so gut entwickelt wie lange nicht mehr. Der Wundermann ist der ehemalige sportliche Leiter und jetziger Jugendtrainer Dirk Schmitz. Die letzte derart starke Phase liegt Jahrzehnte zurück. Durch diese Jugendarbeit hoffen sie bei der Sporterwahl einzunetzen und Mannschaft des Jahres zu werden. Dirk Schmitz Dirk Schmitz Dirk Schmitz Dirk Schmitz Dirk Schmitz Dirk Schmitz Dirk Schmitz